Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Reise durch die apokalyptische Zombie-Welt von 7 Days to Die. Ja, wie angekündigt, wir treffen uns hier in unserer alten Gegend. Bin jetzt gerade hier angekommen, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier schon irgendwas respawned ist. Sieht aber nicht so aus. So, ich hab dann noch eine Quest angenommen. Ne, hier ist nichts respawned. Das ist gut. Was haben wir denn hier? Essen wir uns das noch eben. So, wo? Ach, wo sind sie denn jetzt hier wieder an Gange? Hier. Äh, wo? Da! Ach, da bist du! Wo jetzt hier, Mensch? Wolltest du mir meine Tür kaputt machen hier, oder was? Ist ja wohl nicht. So, gegessen haben wir, aber da haben wir überhaupt alle noch hier so. Ah, doch, so einige Sachen noch hier, ne? Ähm, genau. Ganz wichtig ist hier, zack. Und, und, oh, wir haben kein geschmiedetes Eisen, so eine Scheiße. Und morgen müssen wir die Magnum mitnehmen. Und morgen müssen wir die Magnum mitnehmen. Wir haben echt kein geschmiedetes Eisen, was ist das denn für eine Scheiße? Und ich hatte doch mehr Muni. Ist die noch im Moped? Wahrscheinlich. Ah ja, guck mal, da haben wir auch noch ein bisschen was. Ah, dass ich wieder kein geschmiedetes Eisen dabei habe, kotzt mich gerade richtig an, ne? Ja, zumindest haben wir morgen, äh, ja, hier, Dingenskirchen. Wie sieht's aus mit Pflastersteinen? Habe ich hier noch welche? Jo, zum Glück. Und die kann ich auch noch mitnehmen, super. Dann gehen wir jetzt erstmal rüber, reparieren die Hütte. Haben wir eigentlich, die Helm liegt noch. Warum machst du die da nicht an? Ach, Mann, Junge. So. Jetzt wollen wir erstmal reparaturtechnisch gucken. Da. 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 So, ha. Da. Bis, bis, bis. So, da. Ein paar Sachen hatte ich ja schon repariert, ne? Weil morgen, heute Nacht, ganz wichtig. Ja. Ja. Okay. Hier ist fast alles heile. Da ist auch noch nicht heile. Mein Gott. So, diesmal machen wir dann nämlich etwas anders. So, gehen wir mal eben eine hier. Da hatte ich hinten rein komme. Das brauchen wir gerade auch nicht. Das ist aber jetzt nicht ganz so schnell. Ja, doch, eigentlich schon, ne? Gucken, vielleicht hat die ja morgen geschmiedeltes Eisen da, oder halt, ähm. So, der hat noch alles. Zwei Motoren, Strom ist da. Äh, hier. Hammer. Uh. So, aber mehr war hier auch nicht kaputt, ne? Ne. Naja, hier oben drauf stehen. So, hier. Schön, ey, den ist jetzt geil, dass die Dinger zwar nicht mehr nur 250 haben, sondern... Ach, jetzt haben wir den Tourette vergessen, ne? Ja, egal. Wir bauen jetzt hier nochmal eine zweite auf. So. Ach, so, Quatsch, hier. Zack. Direkt hintereinander. Ja, ne? So. Jetzt müssen wir natürlich wieder hier raus, ne? So. Ach ja, hungrig. Immer noch. Immer noch hungry, 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 hier. Kann doch echt nicht wahrsteigen, oder? Wie viel Hunger der Typ hat? 55 nur. Das ist nicht viel, ne? So. So, dann haben wir die. Ne. Oh, laufen kann er auch nicht. Jetzt gehen wir mal hier gucken. Hier müssen wir ja zwei setzen, ne? Da haben wir eh nur so ein Ding drin. So, da haben wir einmal hier. Und einmal hier. Und jetzt habe ich überhaupt so ein Werkzeug. Nicht gerade mit, ne? So, wie sieht es hier aus? Hier haben die bestimmt auch irgendwas kaputt gekriegt, ne? Ja, aber geht. So, ja, das können wir so lassen. Hier wollen wir ja hoffentlich nicht wieder rein. Ja, komm, da, ach so. Lass du aus der Hocke, dann kommst du drauf. So, haben wir das. Da glüht's, da haben wir Licht. So, dann brauchen wir hier, Kollege. Sowas ärgert mich ja immer, wenn ich die Hälfte vergesse, ne? Ah, guck mal. Haben wir doch noch. Alles wird gut. So, ja, gucken. Hier ist nichts mehr drin, ne? Ne. Und hier haben wir auch kein geschmiedetes Eisen drin, ne? Nö. So, okay. Dann hoffen wir, dass morgen die Händlerin welches hat. So, wenn wir mal jetzt zuallererst die Butze hier fertig. Das ist am wichtigsten. Na. So, verkamen wir den ganzen Quatsch mal hier, wa? So, der kommt da hinten an den Zweiten dran. Hier, so, dann ein, da, nach, hier, aha, sehr gut, und den nach, hier. Jetzt haben wir 20 Watt dran. Eigentlich 20 Watt, ne? Wie viel kann der Generator? 100. Alles supi. Wie viel zu? Hier, so, wie sieht's hier aus? Alles heile, alles heile. Bodenheile, hier oben die Platteseile. Gut. Sehr schön. Dann machen wir uns jetzt auf zu der Quest da vorne. Ich hab' nicht mal drauf geguckt, was für eine das ist. Aber die machen wir jetzt einfach. Ist ne 3er. Oh, der reicht, die reicht da für den Rest der Folge, würde ich sagen. So, vielleicht finden wir da ja auch geschmiedetes Eisen. Oh, hier, das Polizeirevier. Ne, schon wieder das Video Center. Naja. Egal, gibt Punkte, ne? Egal, da, ist das mit dir nicht richtig. War schon lange nicht mehr hier, wa? Ey, für die. So. Ah, wieder wie immer, ne? Bevor du in die Quest kannst, kannst du erstmal alles andere aufräumen. So, sehr schön. Naja, vielleicht finden wir hier drin, ja, Dingenskirchen, ne? So, nehmen wir das Gerät mal an. Und dann geht das hier direkt los, war. Hey. Was haben die denn jetzt weg? Was sagen, die war aber neu. Mama Justice. Schon wieder hungrig. Wann ist der denn mal nicht hungrig? Mann, 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 Mann. Wir sind nur ein Fressen. So, was war hier noch so hinter? So, nix. Die Tür ist verschlossen. Ah ja, hier haben wir noch geschmiedetes Eisen. Ne, doch nicht. Aber. Irgendwo will uns noch einer Uff den Sack gehen, ne? Egal. So, hier ist auch echt alles leer, ne? Anladen oder egal. Jetzt kommen wir noch einen Köter. Also, klang eher wie ein Wolf. Wo ist er denn? Da. Auch. Ah, und wieder infiziert, dann gibt es doch nicht. Verfluchter Drecksköter, ehrlich jetzt. So, Messer. So, und ich wollte die noch tauschen, ne? So, die da rein. Verändern. Quatsch. Erstmal die. Verändern. Den raus. Ja. Ach, hier muss ich drücken. Ich vergesse jedes Mal, ne? Ja, die Strahlungsmodden brauche ich eigentlich noch nicht. Aber egal. So, Messerchen. Ja, Fleisch nehme ich ja immer gerne mit, ne? So, schade. Der Automat ist leider nicht kaputt. So, abholen und säubern. Also, wieder rein da in die Buße. Wenn ich den jetzt auseinanderbaue, kriege wieder Stromschläge, ne? Alter, Halbi. So, nun ist aber gut hier. Oh, gleich zwei hier. So. So. So, dann haben wir auch erledigt. Ist jetzt leider noch keine Dings. Ach, du arzt mich. Jetzt schon voll? Was? Ach. Falsche Tasche. Äh, Taste, nicht Tasche. So. Hier den Fond kannst du essen. Die Feder kann weg. Das Glas kann weg. Das Glas kann weg. Gut. Aber mehr ist ja nicht, ne? Oh, 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 oh. Kommt mir hier nicht noch in das Polizeirevier? Ich meine wohl. Guck mal hier. Hier ist nämlich wieder Sonnenredner. So, ne Fackel, die lassen wir mal. Warte, wenn ich das Ding abbaue. Da gibt's doch bestimmt auch geschmiedetes Eisen. Jawohl. Zwei Reparatur-Kids. Vier Reparatur-Kids. Sehr schön. Den haben wir nicht. Ja, schmeißt das doch schon wieder raus hier. Mann, 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 Mann. Ah ja, wir müssen den Knopf drücken. Ja, ja. Ach, komm mal her. Komm, da kann ich euch helfen. Hilfe Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und die ist noch nicht vorbei. So, nun ist aber Ruhe. Ah, jetzt habe ich das Ding wieder weggepackt. So, jetzt haben wir das aber gleich wieder. Ne, da ist nichts drin. So, siehst du, und hier geht's jetzt ins Bohlenrevier, ne? Ah! Ha! Wo kamst du jetzt weg? All die Groschen hier. Du alte Spuckparzelle, du fertige, ey. Den hatte ich gar nicht gesehen. Hier muss echt mal ein bisschen mehr aufpassen, ne? Ja, das kannst du zerlegen. Kein Platz im Inventar. Papier weg. Hier wieder zerlegen. Die brauchen wir sogar tatsächlich, ne? So, ein bisschen Eisen haben wir ja gekriegt. Vier Stück, immerhin. Ja, ich kenne das Spiel. Ich weiß, wo ich gleich zum Motorrad komme. Komm, einen trink dir. Ja, ja. Sorry. Alter. Springer, ey. Oh, wir haben schon nach vier Ruhe. Hunger hast du eh die ganze Zeit. Messing for Plastik. So, jetzt haben wir den Salat, ne? Jetzt hauen wir uns hier vorne mal eben raus. Dann geht's hier gleich weiter. Das Bike liegt nämlich da vorne. Das ist eigentlich ganz cooler Platz hier, ne? Ja, geht ja auch schnell, sie hier raus zu boxen, ne? Das sind ja keine 5000er Blöcke, oder was? So, irgendwo stehe ich drauf. Kommt mir so hoch hier vor. Der ist kaputt, den können wir gleich auseinanderbauen. Sehr schön. So, Bike habe ich aber auch nicht leer gemacht hier. Verdammte Scheiße, ehrlich, ey. So, den kannst du essen, den kannst du trinken, das kannst du essen. Davon brauchst du gerade keine, nimm dir trotzdem mal eine. So. Dann haben wir doch wieder ein bisschen Platz, wenigstens, ne? Nicht den meisten. Achso, ich hätte hier nochmal rauslegen können, ne? So, was kann denn noch eben hier weg? Das. Das kannst du zerlegen. Das wollte ich ausdecken lassen. Das kann weg. Das kann man zerlegen. Das, 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 das Fleisch kann weg. Und der Helm. Gut. Weiter geht's. Halt. Den Automaten auf jeden Fall. Dann haben wir unsere 10 Links zusammen. auf jeden Fall unsere Rap-Kids, ne? Ja, das ist ganz wichtig. Ja, den hätte ich zwar nicht vergessen, aber komm, jetzt machen wir eben schnell fertig hier. So, weiter geht's. So, letzten Loot eingefangen hier. Den Kleber hätte ich oder behalten können. Aber hier im Polizeirevier gibt's doch bestimmt ein bisschen Muni, ne? Hier hatte ich schon mal geguckt, aber da konnte man nix machen, ne? Hier gibt's doch kein Schlüsselbrett oder was, ne? Nö. So, weiter. Olet. Maissam auf dem Klo. Hat sich, wo einer gedacht, ist eine gute Idee. Noch ein Körper liegen lassen. Das ist nur aufgemalt. Toll. So. Wo ging's denn dann hier weiter? Hier ging's nämlich nicht rein. So. Das ist doch alles nicht mehr wahr hier mit dem ganzen Scheiß. Wieso hab ich denn nie Platz? Ne? Na, komm weg. Das ist sowieso weg. Den Sand kann ich wegmachen, die kann ich mal im Scrabben, die kann ich scrabben. Immer diese Aufräumerei hier, du. Durch sogar Aktenschrank, den hatten wir auch noch nicht. Juhu, dann hier mal gucken. Ich hab gehört, manchmal kriegt man Säure daraus. Auch ohne Buch. So, den hatten wir, den noch nicht. Das kann raus, das kann raus. Das nehmen wir mit. Ach, da ist auch noch einer. So, oh, wir sind Level aufgestiegen. Yeah. Sehr geil. So, das ist auch wieder gescrappt hier. Jetzt haben wir Papier. Knochen lassen wir hier. Irgendwann werden wir die wohl brauchen für Kleber, aber bis dahin kriegen wir noch genug zusammen. So, hier auch noch jemand. Da, jemand. Ein Bulliges. Bleib liegen. Lange. Hier ist das Wichtigste. Was kann denn dafür hier bleiben? Plaste. Das ist wichtig. So. Säubere Gebiete müssen wir aber noch machen, ne? Hier ist der Schlüsselkasten. Hier ist noch ein Tresor. Habe ich niedrige mit? Natürlich nicht. Ach so, ja. So. 8, 2, 5, da machen wir eben zusammen. Dafür schalte ich jetzt nicht ab, hier. Dafür mache ich keinen Schnitt, das lohnt sich ja nicht. Gut, komm. Beile ein bisschen. Es ist noch nicht sauber hier, ne? Das müssen wir noch eben schnell schaffen. Oh ja. Das hat sich doch gelohnt. Gezieht für deine... Wenn du mindestens 5000 Dukes bei dir hast, kannst du das... Ah, naja. 15.000 Dukes. Wieso soll ich die bei mir haben? Äh, 5000 habe ich. Jetzt kann ich runterspringen. Ich falle aber nicht. Samen ungern. Ungern. Wenn wir mit der Produktion da anfangen. Lieber die, da kann man noch ein paar Sachen gut mit verkaufen. So, dann haben wir das hier geöffnet. So, was trinken brauche ich ja langsam bestimmt auch mal. Was kannst du essen? Das nehmen wir mit. Den Rest lassen wir hier. Ja, ich weiß. Können wir verkaufen. Trinkt der was? Nö, zerlegt den Scheiß. So. So, hier. Ich glaube, hier muss ich nachher nochmal looten gehen, ne? Oh. Oh. Ja, ja. Wir wissen, dass heute Horde Nacht ist. So, den hatten wir. Gut. Irgendwo fehlt es hier noch. Hier. Hier kamen wir ja her. Irgendwo muss hier noch einer sein. Irgendwen haben wir übersehen. Hier waren wir drinnen. Gut, hier entflugtechnisch, ne? Aber da ist ja auch keiner drinnen. Gucken wir doch mal. Oh. Äh, die Geschichte. Auch jetzt ballert doch. Echt? Wo? Da. Gibt's doch jetzt nicht. Hier, weg, weg. Ren, du Idiot. Ren, du. Meine Fresse hier. Komm, hau ab. Leute, 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 Leute. Was ist das wieder für den Scheiß hier? Hier. Schiene. Nee, Set. Einmal volles Programm hier. Echt. Echt. Ich will jetzt hier fertig werden. So, wir haben alles fertig. Wir können's zur Händlerin bringen. So. Hier was gegeben. Nö, ne? Nö, da hätt's auch nichts gegeben. So. Tag 28. Tag 28. Müsste der nicht langsam... So. Einmal aufgeräumt hier, bitte. Ja, ihm tut alles weh, schon klar. Mods, da hatten wir noch eine. Wo ist sie da? Tools nicht. Habe ich gerade ganz viel liegen lassen. Baumarzt brauche ich. Motorisches Lebensmittel. Zack. Sonst noch irgendwas hier raus. Hier, wieso habe ich denn kein Kleber hier? Kleber weg. Ich hab das jetzt echt nur Stahl. So, hier bei den Parts. Die habe ich alle mitgenommen, ne? Verdammt. So, metallisches Blei habe ich da mit drin. Je, was hier noch alles Schöne bei ist, ne? Wie viel Eisen hier bei ist. Krass, das nehme ich auf jeden Fall mit. So, den brauchen wir für Rap Kids. Gucken wir mal. Wollen wir nochmal gucken da. Beim Handler. So, das machen wir mal eben gemeinsam. Und dann gehen wir raus aus der Folge. Markt, wie Schluss für heute. Ja, ich auch. Ja, komm. Den verkaufe ich dir gleich wieder. So, wo ist er denn? Da. Weg. Weg. So, dann will ich dein Zeug sehen. Antibiotikum. Ich müsste noch Honig haben, ne? Da soll ich gleich mal gucken. 9 mm habe ich reichlich. Uh, teurer Messbecher. Komm. Scheiß drauf. Eingekauft. Gleich genommen. Danke. Vorher wieder auf über 5% geht hier. So. Weiter geguckt. Bäm, 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 bäm. Chili Hot Dogs. Nehmen wir mal beide. Und einen Penner Eintopf. Und die nehmen wir sowieso alle. Was war für ein Rezept? Maisbrot. 10 Kartoffeln. Die nehme ich dir auch erstmal ab. Wildbrät nicht. Mais habe ich auch. So. Dann hast du nichts gescheites mehr, ne? Nichts, was ich gebrauchen könnte. Gucken wir nochmal unter Essen. Ne. Und da. Waffen. Nö. Und hier. Du könntest ja echt noch mehr Munition an die Tasche packen, ne? Ne. Machen wir noch eine? Ne. Heute nicht mehr. Obwohl können wir hier. Was ist das denn für eine? Im Osten. Und im Süden. Ne. Im Westen hätte ich gesagt, nehme ich dir ab. Aber so? Nö. So. Zuckerhintern habe ich weggepackt, ne? Und ich habe vergessen, den links zu nehmen. Ich habe vergessen, den, den, die Magnum einzustecken. Gut. Gut. Dann haben wir hier Hordenacht. Gut. Dann haben wir hier Hordenacht. In der nächsten Folge. Videos alle an. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.